Da haben wir das halt so. Tja, das sehen wir mal hier. 1, 2, 3. So. Dann machen wir nichts. Dann haben wir hier das Tor in der Mitte. Jetzt machen wir das auf der anderen Seite auch. Als ob ein Tor da wäre, was natürlich nicht ist. Aber es ist ja Wurst. Vielleicht mache ich noch eins hin. Quatsch. Vielleicht mache ich noch eins hin. Ich weiß es nicht genau. So. Schön beleuchtet. Schöpfe habe ich keine mehr. Muss ich mal noch besorgen. So, jetzt haben wir ein bisschen Beleuchtung hier. Und es ist schön, dass es nur noch Home ist hier. Dann geht es mir dann zum Keks. So. Jetzt sind wir schon wieder fast mit allem voll. Die einen kann ich doch stacken. Stacken bedeutet übereinander liegen. Das kann ich auch stacken. Bis auf zwei. Scheiße. Aber die will ich noch mal in die Mitte rein setzen. Sowieso. Also ich möchte in die Mitte von Dings hier auch noch mal Fackel hinstellen. So. Hier war es. Ich weiß nicht genau, wohin. Wo machen wir das hin? Dass ich so. So irgendwie dazwischen irgendwie. So hier so. Hm? 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 So vielleicht oder noch? Und dann hier noch mal? Da? So. Hm hm. Ich will da die Gellerübe da noch reinwürsteln. Ähm, ja. Da ist eine Gellerübe. Gellerübe. Äh, äh, eine, äh, Gellerübe ist eine, ähm, Karotte quasi. In hessisch ist es Karotte Gellerübe. Ähm, ja. Wollte ich noch mal gesagt haben. Ja. Wo war ich denn jetzt hier beim Umbauen hier? Hui, scheiße. Schon hingefallen für die Fresse. Ich hab doch hier auch schon mal... Eigentlich bin ich so eine blöde Ratte. Da hatte ich jetzt auch schon mal weitergemacht. Ja, da ist es doch. Wollte ich es hier rüber machen. Und wie weit muss ich denn da rüber gehen? Uh, da muss ich aber auch mal level. Hab ich so weit rüber gebaut schon. Mann, die Fresse. Na ja, jetzt müssen wir hier mal so andeuten. Was hätte ich mir mal an die Dings hinlegen sollen. Ich weiß ja, wie weit ich rüber muss. Ist das hier schon oder muss ich noch weiter rüber? Ist eine gute Frage, ne? Ach, das ist schon ganz schön weit hier. Ich glaube, ich muss noch weiter rüber. Ja, geh mal weg hier. Da hast du immer einen Weg rüberrennen. Du musst ja, der Hoppel hast da. Ja, das ist doch schon hier. Da haben wir doch schon die Verbindung. Juhu. Dann will ich da mal... Stell ich da mal hin. Das ist hier quasi. Wenn ich mal einen Stein hinstellen. Da habe ich noch Steine. Natürlich, ne? Das wäre ja langweilig. Wäre ja langweilig, wenn ich da hätte. Mach ich mal Holz hier hin. Da sieht man das Rensen sehr gut. Und dann muss ich halt mal gucken, welche Höhe und so das ist alles. Und dann können wir da mal weiter buddeln. Wobei, das ist gar nicht viel. Ich muss schon mal aufpassen, dass gerade hier gleich wieder hier ist. Und mir ist das Zombie um den gekommen. Ja, wenn mir einer zählen will. Und sagt hier, mein Freund, das ist alles mein Gebiet. Okay, mach ich hier. Also kennt man sie doch. Schwulis. So, da haben wir das doch schon. Ei, Subi. So, und ist das jetzt hier die richtige Höhe? Nee, oder? Doch, das ist die richtige Höhe. Oder? Ja, dann haben wir noch ein bisschen Terraforming vor uns. Wobei ich ja erstmal hier hinten eigentlich noch ein bisschen wollen wollte. Aber ich gehe jetzt erstmal... Wo hier Pattenpatter schon vorbeikommt. Gehe ich mal schlafen? Nee. Dann werde ich auch mal in Betten alles. Das werde ich dann auch mal als nächstes was mir dann auf alle Fälle machen. Bevor ich jetzt das Baumding mache, habe ich jetzt gerade beschlossen, mache ich mal hier meine Ziegelsteindings fertig. War ja auch gefordert und gewünscht, dass wir unsere Wände da aus Ziegelstein machen. Obwohl es dann schöner aussieht. Also nicht aus Ziegelstein, sondern aus Stein... Was ist das jetzt? Steinziegel oder Ziegelstein? Tö. Also aus Cleanstone, der dann gebrannt wird zu... Stiegelstein? Stiegelstein, ja. Stiegelstein. Ähm... Stonebricks, ja. Das sagt mir ja jetzt alles. Halt, heute sagen wir nicht an der Erde. Erde, Erde. Erde. Holz. Holz ist hier. Bretter. Halt, da ist es weg. Skopelstor ist behalte. Treppe und Dings kommen auf die anderen Seite. Wo sind Steine? Da mache ich die Brücke auf die Seite. Steine oder so was. Zäune kann ich dann hier rein basteln und so. Was habe ich da drin? Ja, das war für eine Holzgelumpe. So, dann habe ich wieder Dings und Schnitzel brauche ich noch. So, das muss ich mal hier in Pappen essen. Ob ich in ein Herz verloren war. Ich bin schon wieder irgendwo runtergefallen wahrscheinlich, ne? So wie ich mich kenne. So, und dann haben wir noch ein Schippchen. Und hier ist auch ganz viele Stücke da. So viel bräuchte ich auch nicht. So, die Eimer. Wo tue ich denn die Eimer hin? Das ist ein Steinholz. Dann machen wir das hier rein. Das ist ein Glas. Dann machen wir da die Metallsachen rein. Hier ist ein Blümmer, den Scheiß, Dun. So, Samen. Blumen und das andere Blum. Wisst ihr, und das ist dann ein automatisches Lagersystem, was dann eine ganze Scheißarbeit selber macht. Weil das ist ja so ein bisschen... Copperstone. Den werden wir jetzt mal brennen. Den werden wir jetzt mal zusammenformeln. Den nehmen wir schon mal mit. So, da ist nichts drin. 15, 15, 15, 15, 18. Da kann man nämlich so ein... Ob das da nicht drin ist. Und da ist auch nichts drin. Ey! Da ist nichts drin! Ist doch nett, oder? Ich glaube, ich werde dann mal den produzieren, glaube ich. Habe ich gerade beschlossen. Ich werde dann mal ein Holz benutzen und werde dann mal ein bisschen Kohle produzieren, weil, das ist ja... Das ist ja nicht normal. So, kann ich das hier eigentlich schon aus dem Klinz und hier aus dem Vier da was machen? Ah ja, natürlich. Suppi. Dann haben wir da schon ein bisschen was. So. Da kann man ja schon mal ein bisschen was arbeiten und schon mal anfangen, um Steinziegel zu machen. Erstmal die Fassaden. Das kann man ja auch mal wegmachen hier. So. Das ist doppelte Wände. Das gibt dann Steinziegel quasi. Wollte ich ja extra, wenn ich mich da hinsetzen kann. Oh, das sieht aber schön aus. Was mache ich mit dem Stein? Was mache ich da auch Steinziegel aus? Ich denke schon. Sieht am gescheitesten aus. Sieht am gescheitesten aus. So, so und so. Ist das ja auch noch hier. So. Machen wir erst mal die Wand. Na, ich brauche mehr Licht hier. Das ist viel zu wenig Licht, glaube ich. Ich brauche von der Seite auch mal noch ein bisschen Licht. Das werde ich auch tun. Ich würde es hier ein bisschen ab... Ab... Ähm... Viel zu wenig Licht. Scheiße. Das hier ein bisschen abtragen müssen, damit ich ein bisschen Licht hier reinbekomme. Hier ist eine schöne Musik von KST Beats hinten dran. Jetzt hören wir es das. So. So. Ach, was mir gerade noch einfällt, ich habe ja noch ein paar andere Projekte, die hier noch laufen im Moment. Ich habe gerade, wo auf Blocks konnte ich wieder aufnehmen. Das ist die ganze Zeit nicht gegangen, weil ich einen Fehler auf dem Server hatte. Ich konnte einfach nichts abbauen mehr. An meinem Häuschen konnte ich auch nichts mehr arbeiten. Es war alles irgendwie ein bisschen komisch. Aber das geht jetzt wieder. Dann habe ich wie hinten schon mal eine Folge aufgenommen. Bisschen Überlänge, aber man verzeiht es mir. Ich konnte die ganze Zeit nicht aufnehmen. Hoffe ich, dass man es mir verzeiht. Wenn man dann sehen, wenn man sich beschweren muss, dann muss ich halt irgendwie eine Folge an kürzer machen oder so. So. Weil das gibt mir noch zu viel Schatten hier. Das ist, von oben kommt ja noch so viel Schatten an. Wollen wir ja nicht. Ich will ja keinen Schatten nachwerfen lassen. Muss ich hier noch ein bisschen was wegkloppen. Weil ich will ja, dass dann so ein bisschen Licht noch reinkommt, weil es einfach viel zu dunkel ist da unten. Ich glaube, ich muss mich dann mal hocharbeiten hier und muss dann mal das alles platt hauen. So, als könnte ich doch hier dann schon mal das erste Fenster reinkloppen, oder? Äh, gut. Der höre nicht. Hö? Ist ja nicht die Außenwand. Natürlich auch nicht die Außenwand. Ey, das ist natürlich witzig, witzig. Tralalala. Das ist ja die zweite Außenwand. Da muss ich ja noch mehr arbeiten hier. Alter, aber scheiße. Ja, das ist, wenn man einmal angefangen hat, man kann einfach nicht aufhören. Es geht immer weiter. So, jetzt müsste ich auf der Höhe hier ein richtig großes, fettes Fenster reinsetzen. So. Hier sieht so ein Steintriff gefallen, oder was? Wie witzig. So, äh, hab ich noch Glas? Äh, äh, das ist natürlich schlecht. Muss ich nochmal Sand holen, auch Glas brauche ich noch. Ich glaube, ich habe da schon Glas gehabt, oder? Bisschen Glas hab ich noch. Sieben Glas. Äh, hab ich Sand? Nee. Jetzt hier Holz hab ich Sand. Sand, Sand. Oh ja, ich hab Sand. Ich brauch. Ich brauch. Ich brauch Glas. eins. Dann muss ich das mal raustun, und das mal reintun. Spockla. Achso, kann er ja. Macht ja net. Dann kann ich rausnehmen hier. Nee. Da war's noch. Da. So. Ich glaub, nennt es das sieben lang. Ich glaub, ich brauch acht. Und eins zu... Ui. Wollte ich ja genau spucken. Ich brauch sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sonst sag ich doch einer fehlt. Scheiße. Ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei Nein. Gut, also. Als Käse, als Mist. Sind es vier oder sechs Scheiben? Ich glaub, sechs Scheiben brauchst. Sechs Scheiben kann ich dann halbieren, oder? Weißt man genau. warte mal sechs scheiben und dann glaube ich kann ich das in also aus den sechs blöcken dann scheiben das lang doch dann können wir jetzt gleich die glas scheiben machen das zu ist doch schon ein bisschen heller hier drin das ist nämlich so dunkel oder bin ich auch überlegen ob ich hier voll panorama ich glaube das mache ich auch damit ich ein bisschen licht rein bekomme es ist einfach viel zu duster besser dann wenn noch ein bisschen licht rein kommt das finde ich jetzt so 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 und so ne ja so ist das noch viel schöner dann machen wir das hier auch noch da eins rein das wird ein schönes wird das so jetzt kann man ja hier anfangen schön verkleiden schön hier stein hinsetzen das alles einheitlich wird dann müsste ich mal nach unten ins meser und mir mal da die scheiße holen das ist ja auch wenn du mal aufbend 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 das ist ja auch wenn du mal aufbend